Ich kam in Hamburg an. Ich weiss nicht, ob ihr das gehört, was ich jetzt erzähle. Es ist ein wenig laut. Wir sind im Thulel mit der S-Bahn Richtung Hamburg in Hamburg. Das Wetter sollte schön sein. Die Ladung war toll mit der Swiss. Sie können mir dann eine Überweisung machen über die Werbung, die ich jetzt gerade gemacht habe. Auf dem Ding war ich auch immer da oben. Nächster Halt, Rölingsmarkt. Hier vorne ist ein kleines Café und die haben oben Tische. Da haben sie den ganzen Blink da drüben. Wir laufen da später noch durch. Lüten Jürgenbecke Schuss Lüten 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 Das ist Plattdeutsch. Ich bin nervös. Weisst du? Das geht doch. Nein. So nehmen wir das zusammen. Wir haben das zusammen gemacht. Noch ein bisschen grösser machen. Das ist Plattdeutsch. Ja, voll. Dann müssen wir schauen. Elbphilharmonie da hinten. Und Herr Jakob, live in Hamburg. Das war's. 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 Das ist recht aufgeräumt, oder? Das war's. Das war's. Was ist denn das? Nahrungschef. Was machen wir hier? Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018